Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Weißt du was? Das hier ist gar nicht so schlecht. Mama schläft so ein bisschen, okay? Bin ich mal müde. Oh nein, nein, nein. Na klasse. Und jetzt? Scheiß drauf. Vorsicht! Bitte! Hilfe! Sollen wir ihm helfen? Schnall dich an, Alli. Und was ist mit ihm? Oh, dem fällt gar nichts. Oh nein. Soll ich ihm helfen? Schnall dich an, Alli. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mir geht's gut, mir geht's gut. Komm raus, schnell! Komm her, du Mist! Lass mich los, du blöder Sack! Schau! Oh, ich zeig's dir. Ich zeig's dir. Verdammt noch mal! Was ist bloß los mit denen? Atme durch. Los gehen wir. Okay. Achtung! Mist! Bleib unten! Oh, schau! Okay! Oh, fuck! Okay. I wonder, I wonder what she's thinking of. Forsaken, forgotten, throughput amid love. Alone and forsaken by fate and by man. Oh, Lord, if you hear me, please hold to my hand. Oh, please understand my hand. Nein. Wo willst du denn hin? Weg von ihm! Tor! Oh, dafür wird's für die Zeit! Scheiße! Ich brauche Deckung! Ja! Gebt mir Deckung! Ich gehe ran! Ich passe auf! Er darf nicht entkommen, verdammt! Ja! Ja! Ja, genau! Aber doch nicht mit der Waffe! Niemals! Warte mal, die werde ich mal mitnehmen! Ja! 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 Oh! Ja! 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 Ne! Du weißt, wie es läuft. Zeh dich um und such nach was Nützlichem. Zubefehl. Na, den Knüppel brauch ich, oder? Hier, vier, ne? Halt. Mann, jetzt muss eine Flasche. Hab ich was weggeschmissen vorhin? Ein Stein oder so? Kann mich gar nicht dran erinnern. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Die Viecher, ja? Laufen rum. Die komische Armee, oder was auch immer das sein soll, da zaubert rum. Den Dembrus muss ich auch noch gegenseitig bekriegen hier. Also ich verstehe das nicht. Die Welt. Aber ich denke mal, es wird immer so eine Idioten geben. Weil es wirklich mal so kommen sollte. Head-Opus 4. Siehst du was? Nö. Keiner hat hier Munition, verdammte Hacke. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wie schießen die denn? Ach ja, stimmt ja. Mit Kuh kann man ja ganz schnell die Waffe wechseln. Ah, daran hab ich ja gar nicht mehr gedacht. Na, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Nö, das glaube ich auch. Wir können ja mal hier gucken, ob es eine Schublade ist. Ja, haben wir auch. Was das? Okay, das kann ich nicht nehmen. Aber das können wir nehmen. Na, wir können noch ein bisschen putzen. Putzlappen. Klebestreifen. Können wir immer gebrauchen. Mann, 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 Mann. Die haben uns aber gerade eine ganze Menge Munition gekostet, die Jungs. Hey! Vielleicht haben wir ihn durch. Okay, bin voll aufgeladen. Warte mal, Kleine. Das ist bloß ein Stein. Hier ist eine alte Fischdose. Deswegen stinkt die auch so nach Fisch. Oh, nee, nicht durchs Tor wieder, oder? Naja, bestimmt, weil dann wieder so ein, weil dann so ein Abstand abgeschlossen ist. Kommen wir da gerne nie wieder zurück. Na los! Okay, jetzt versuch es, mit irgendwas aufzuleben. Ähm, hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Äh, leh. Gut. Die Kleine. Okay, los! Okay, es geht schon. Was ist denn los? Werde wir wohl loslassen können, der Typ. Kriegen wir das Tor wieder auf, jetzt? Da. Nope. Yeah. Eine Pfeile. Keine Ahnung, wozu man das braucht. Ah, Wechselstufe 2. Geil. Aber kann man ja eh nichts, kann man jetzt ja eh nichts machen. Hier haben wir keine Bansch hier. Oh! Sprengstoff! Rauchbombe! Rauchbombe! Ach, du wunderschönig. Rauchbombe erzeugen eine Wolke. Ich war jetzt blockiert. Außerdem betäubt die Feinden. Oh, beim Aufprall. Und dann möglich ist, die mit E zu packen. Ah! Meine Güte. Ey, man sieht ja hier bald gar nicht mehr durch. Das ist doch wohl bald nicht mehr normal. So, ich guck mal, ob ich hier was basteln kann. Nein, kann ich nicht. Okay, dann baue ich dieses. Und dann kann ich... Äh, wo war dat? Da mitnehmen. Ja, wir reden. Ih! Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Okay. Ja, das ist, äh... Wie man's macht, macht man's sowieso verkehrt. Guti, dann haben wir hier alles eingesammelt. Halt, war da gerade ein E? Nee, war nicht. Guti, dann gehen wir mal hier raus. Mal sehen, was uns hier erwartet. Die tönen ein bisschen lauter auf, Typ. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenn beide Seiten. Oh. Und, äh, bringst du viele Unschuldige um? Das heißt dann wohl ja. Versteh's, wie du willst. Musik fängt hier an. Hier schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Oder schliefen. Ach, das Mädel, das ist so kass. Nein. Ich drück immer verkehrt. Okay. Verbessertes Medi-Kit. Okay, 33% stärker. Na ja, gut. Ach du Scheiße. Das heißt, die Viecher werden immer stärker. Äh, ja. Okay, gut, dass wir hier reingegangen sind. Dann mal los. Ja. So, was machen wir jetzt? Bauen wir weiter aus? Oder, ähm, ne, warte mal, wie wir werden. Aber wir werden uns mal hier gucken. 75 Stück brauchen wir. Aber das ist ja bloß für die Waffen. Warte mal, ich nehme mal die hier, weil mit der schießen wir ja bis jetzt am meisten. Beringer den Rückstoß. Hast mehr Kugeln. Auf jeden Fall. Schneller abzufeuern. Nachlade-Tempo. Aha, okay. Jetzt geht der ein bisschen chillen. Ich glaube, wir haben da dicke Ding hier. Die haben wir noch ja nicht so richtig, ne? Oder haben wir die auch schon? Ach, doch haben wir ja schon. Okay, hier kann ich gar nicht mehr machen. Ach, du ernsthaft nicht. Okay, dann würde ich sagen, äh, ich kann hier noch mal ganz kurz reingucken. Na komm. So, dann haben wir das auch mal fertig. Das ist nicht schlecht. Hm, das finde ich ja auch, das finde ich ja auch. Wer weiß, wie viele Stufen wir nach, wie viele Stufen kriegen denn eigentlich? Oh, Pfeile. Aber mit Pfeil und Bogen ist ja eher so eine Sache. Na ja, egal wäre mir das jetzt nicht unbedingt. Immer gut, solange man heutzutage hier in dem Alter hier, in dem Zeitalter überleben würde. Aber egal, wäre es mir trotzdem nicht. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie. Langsam. Wart auf mich. Was? Ich bin hier. Wie wäre es, wenn ich vorgehe? Und da nicht so laut. Okay. Okay. Ah, ne, die beiden, ey. Oh Gott, schläft hier echt eine? Oh Gott. Kann ich mir ja nicht vorstellen, ey. Oh, eine Pflanze. Okay, wie viele haben wir jetzt? 40? Oh, dann fehlen noch 10. Du Pfeife. Oh gut. Ist noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Das nennt sich leise sein. Das würde Ellie gefallen. Okay. Ist das vielleicht die Fortführung? Der hat aber ganz schön lange auf den Bus gewartet hier. Habe ich hier nicht was? Ah, hier. Gehen wir weg, Kleine. Nicht immer im Weg stehen. Halt. Ne, da war nix. Ne, da bin ich ja gerade rein. Okay, sie steht da an der Leiche. Was war hier los? Waren das Jäger? Waren das auch Hunter? Süß. Und nein, ich tippe auf das Militär. Warum wurden so viele getötet? Nicht genug Platz für alle. Also tötet man sie? Und Tote werden nicht infiziert. Man opfert einige und rettet viele. Das ist doch scheiße. Ja. Und traf Arme. Mener. Der Ahmet wurde mir da. Ja.